So, Freunde, willkommen zurück und wir machen direkt weiter. Ups. So, wir müssen jetzt auf den Berg oben. Genau da hin. Oh. Uh, Steine, 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 Steine. Ja, genau. Warum nicht? Warum nicht, Mann? Warum nicht? So, hier oben holen wir uns das nächste Symbol zum... Ah ja, ich kann ja nicht mehr schießen. Ah, 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 ah. Witzig. Hallo. Hä? Super, Coin. Ah ja, als erstes holen wir uns noch hier den Herzcontainer. Ups. So. Blup. So, ähm, ja, wir machen mal besser ein bisschen Platz. Umhang. Flup. Ui. Ui. Ja, klar. Und. Und. Durch damit. Oh. So. Ein bisschen Mana wäre gut. Aber. Nö. Gibt kein. Gibt nur Herzliches. So, dann haben wir hier den bekommen. Ah ja. So. Zack. Oh, hat der lang gehalten. Ah. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ah, ich kann nicht laufen, weil ich verletzt werde. Ah ja. Super. Hat der super gehalten. Hm. Zack. Aua. So. Jetzt gehen wir aber mal hoch. Ach so, ich bin schon hier. In der dunklen Seite. Sagt das denn keiner her. Boing. Hallo. So, da haben wir das auch. Ach so, das war eben unten gar kein Herzcontainer. Das war ja das hier. Witzig. Ähm. Ja. Jetzt gehen wir gerade. Uns die. Dinger auffüllen hier. Boe. 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 hm. menge kohle weg so als nächstes dann wieder runter ins sumpfgebiet oder was da unten ist hallo dahin so hier schnappen wir uns jetzt mal ach so hier war der hels container schnipp so als nächstes hier oben rechts ist noch einer irgendwo jawohl genau auf dem stein so haben wir den auch so jetzt komme ich natürlich nicht mehr da rein das war ja wieder sehr schlau so jetzt gucken wir mal irgendwo war hier noch wir brauchen wir jetzt das dinge hier so und dann kommen wir ins nächste danschen ich muss aber gerade hier noch was gucken so ok er kann es jetzt weitergehen so schauen wir mal was war hier schickes was haben wer lässt sich nicht schieben müssen wir wohl darüber zack 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 magische geister so geht es auch der schießt durch die wand sagt das denn keiner oh nein ähm 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 oh damn oh es geht mit dem oh hier ist es das mit dem schloss hier kann ich nicht weiter oh ich muss ich da hoch oh oh ich weiß es hier verbraucht weniger Wow Wow Äh, ne, ist nix Mist Ja, verdammt Aua Ich mach ja alles falsch, was man falsch machen kann, du Hm Oh Äh, ich hab noch keinen Schlüssel, du Ne, hier geht's auch nicht weiter Aber da ist zu Ah, ja, okay Dann Ui Gehen wir mal Wann das gucken Oh Okay Gehen wir mal hier hoch Nehmen wir Das Ding wieder Zack Zack Äh Hä, hier da Oh Ah Okay, hier ist ein Schlüssel Das ist schon mal gut Oh, da komm ich auf die anderen Seite raus Hm Hm Ich bin gefällig Gehen wir mal hier links Und ich wurde wieder getroffen Ah, da kriege ich wieder eine gute Fee Zack Ups Ups, falsch, Knopf Ah Oh Oh Ah Ah Knapbe Sache Also Okay, jetzt bin ich hier Äh, okay Hat mir auch nichts gebracht Oh, jetzt ist das wieder da. Aber ich kann jedes Mal meine Energie auffüllen damit, wenn die Viecher wiederkommen. So, das ist schön. Hallo, kommst du mal hinterher? Oh. So. Ähm. Pio. Ah, damn. Alter. Da ist noch ein Schlüssel. Nein. Ah. So wollte ich das nicht. Genau. Oh, noch ein Schlüssel. Wow. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ähm. Ups. Oh, nein. Da braucht man einfach dein ganzes Mana, was man hat. Top. Hui. Oh, ich hab' doch geblattet. Na toll. Noch ein Schlüssel. Also, jetzt hab ich so viel Schlüssel. Ich hab' eigentlich mal mal. Äh, ist. Wo? Schön, Schlüssel. Oh mein Gott. Hallo. Ihr hebt das doch auf. Oh, Alter. Hips. Okay. Sind wir im Kreis gelaufen? Hm. Soll ich mal gerade gucken? Wo wir hin müssen? Ah ja. Einmal schick im Kreis gelaufen. Oh. Okay. Alter. Oh, da hat Fee. Komm her. Digga. Blödes Vieh. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, da unten war ich, glaub ich. Ah ja. So. Äh. Mist. Mist. Super Mist. Ah, das. Was? Oh, kein Mann haben wir ja. Das ist nicht gut. Da ist man. Das ist gut. Ja, genau. Benutzt Feuer. Sonst geht's gut. Hallo. Danke. So. Schlüssel hab ich bekommen. Machen wir das mal rot. Ähm, ja. Alle, 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 alle. Okay. Toll, dass das jetzt genau verkehrt kommt. Warte mal. Aha, einmal im Kreis gerannt. Schick. Sehr schick. Komm ich jetzt natürlich nicht dran. Muss ich wieder zurücklaufen? So. Ah. Ah, sieh an. Hier ist der Kompass. Gute Sache. Äh, geht direkt weiter hier mit Schaden auf mich. Ach, danke schön. Hab's ganz vergessen. Ja, genau reingerannt. Genau reingerannt. So gefällt mir das nicht. Oh. Hm. So. 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 Ey. So. So. Toll. Hat er gar nichts gebracht. Oder muss ich alle Vierer anmachen. Ach, Mist. Zack. Zack. So. Und oben gucken. So sieht es wieder aus. Zack. Ah. Jetzt ist das nicht euer Ernst. Ey, hallo. Hallo. Was ist neu? Irgendwas Großes oder was? Aha. Da war er noch. Mist. Okay. Hm. Ah. Okay. Ah ja. Hier ist der Schlüssel. Damit. Ah. Da rein. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzenes? Äh, nö. Ah, doch. Ich komme hier rein. Oh ja. Super. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hüi. Ich habe schon einen Schlüssel. Ich habe hier schon, ne? Ah ja, okay. Ich komme jetzt gerade hier noch. Aber erst. Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist da oben? Aber bevor ich hier irgendwas vergesse, gerade mal gucken. Hm. Also da bin ich. Da unten war ich auch noch nicht, glaube ich. Warte mal. Warte mal. Warte mal, bevor ich jetzt da hingehe. Oder? Ach, ich komme gar nicht mehr zurück, ne? Ich habe keine Chance mehr hier. Ha. Oh je. Oh je. Oh je. Okay, nur Münzen. Und das ist hier nichts. Die Karte habe ich auch noch nicht, ne? Nee. Aber hier gibt es doch, glaube ich, den... Ups. Hey. Hey. Ah, da ist es. Oh nee, toll. Ich muss was da hinschieben. Aber was? Oh, wahrscheinlich muss ich wieder was von oben runter werben. Mist. Ich muss was vergessen. Hint. In dem Fall habe ich was vergessen. Irgendwo... Ähm... gibt es diesen Feuerstab normalerweise hier, glaube ich. So. Das Herz her. Ob es hier rechts weitergeht. Ah ja. Ah, hier bin ich. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich bin. Aber auch nur ungefähr. Gerade mal auf die Map gucken. Wo wir noch nicht waren. Oben. Unten. Waren wir irgendwie noch nicht. Uiuiui. Hinter die Wand. Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht mehr. Oder? Haben wir hier schon? Ah, hier ist die Karte. Das ist auch schon mal gut. Ah, ich habe keinen Schlüssel mehr. Äh, Mist. Aber ich muss auch nicht darüber. Ich muss, ähm... Mal schauen. Hm. Ach, blödes Viech. Irgendwo... Anders. Mal schauen. Oh ne, hier bin ich falsch. Verdammt. Ah, ich wollte mich ruhig nicht mal machen. Ah, das ist die eine Tür, wo ich, äh, von der anderen Seite eben war. Die ich jetzt wieder unnötig geöffnet hätte. Jetzt gehen wir mal... Slip. So. Gucken. Ähm... Okay, da fällt was runter. Auch nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, das ist nicht... Oh mein Gott, das ist nicht... Hä? Ha. Okay. Verstehe. Was finden wir uns noch? Versuchen wir. Zumindest mal. So. Also muss ich mich hier beeilen. Irgendwie. Ah. Ah, wie soll ich denn das machen so schnell? Ah, warte, ich hab ne Idee. Ich boah das jetzt wieder. Warte mal, ich komm hier rein. So. Ja, genau. Ich brauch gar nicht schnell laufen. Geht auch so. Ah, hier ist der Feuerstab schon mal. Okay, den haben wir. Das ist jetzt die Frage, ähm... Da unten ist noch ein Raum, da oben ist noch jede Menge Räume. Hä? Wo wir jetzt... Da. Na klar. So. Schauen wir mal. So, jetzt... Uah. Uah. Jedes Mal war ich den gleichen Fehler. So, müssen wir jetzt... Da ist nix. Gehen wir mal hier oben. Wieder eine gute Fee. Eine gute Fee. Ja, blödes Viech, ey. Beschwinde doch. Da. Mist. Ja, das gibt's doch nicht. Ey damit. Hui. Ach nee. Kann man denn nur Achso, jetzt habe ich ja immer noch nichts hier runtergeschoben, um das zu öffnen Danke Was ist denn das überhaupt für ein Start, den ich bekommen habe So, damit kann ich ein Klötzchen bauen Oh, ey, ernsthaft Ich dachte, das ist ein Schießding Baue ich ein Klötzchen So Oh, mein Ding ist das auch leer Oh mein Gott, da sind ja Gegner Oh mein Gott, da sind noch mehr Gegner Wo ist denn der Ausgang da? Ähm Okay, danke Nein Schießende Dinger Wo bin ich denn hier überhaupt? Okay, da oben geht es nicht weiter, aber vielleicht ist da oben was Oh mein Gott, da oben ist so ein Ding Da komme ich gar nicht weiter Achso, ein Ding Oh mein Gott Äh, da komme ich gar nicht hoch Also muss ich da Bopopopop Wahrscheinlich gegen schießen Oder so Weiß ich das noch? Bei MRP Ah, sieht nicht so aus Okay Oh, praktisch Was ist denn das für Viecher? Ja, war klar, war leer Alle Sache Da fallen hier jetzt andauernd Viecher runter oder was? Ui Wahrscheinlich muss ich das Zerstören Yo, danke Ein Herz Noch ein Herz Ein Herz Hilfe, ich werde verrollt Sieht doch mal gut aus hier, oder? Rein da Oh, oh, oh Okay Wir hauen erstmal einfach so drauf Vielleicht hätte ich mir ein Oh, gerade so durch mich durch Aua Okay, warte mal Achso, ich habe keinen Das ist mein Bogen Hey, das ist ja noch Was ist das? Puh, das war ja chillig Bop War ja einfacher als gedacht Achso Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ja, liebe Freunde, dann war es das auch wieder mit diesem Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dahin auf Wiedersehen.